Gandalf irrt in seiner Weisheit selten. Und so stieß die Gemeinschaft bald auf den Trollschatz. Wer konnte ahnen, was unter diesem Haufen von Dingen, die unvorsichtigen Abenteurern und Karawanen abgenommen wurden, für Schätze versteckt lagen. Oh, was ist das für ein Gestank? Es ist ein Trollhaut. Passt auf, was ihr anfasst. Wäre doch schade, das alles hier rumliegen zu lassen. Dann könnte es jeder mitnehmen. Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego The Hobbit. Ähm, wir müssen jetzt... Ja, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Okay, wir brauchen die Kiste da oben. Hier ist ziemlich viel Kram, der zerstört werden kann. Okay, bauen wir mal. So, hier ist noch was. So, da noch was. Okay, ähm... Wir müssen die Kiste irgendwie kriegen. Okay, hier geht's noch weiter. Ja, okay, kann dunkle Gebiete erhellen. Gut. So. Das hier noch. Und zack. Und hier noch... Nein, nicht so... Okay. Hier ist noch... Stutt. Okay, dann bauen wir mal. Ah! Ich erinnere mich entgegen mich an Lego Harry Potter. Da können wir mit Gollum hochkriechen. Glaube ich. Das war auch letztes Mal schon so. Schrei doch nicht so rum. Okay, ähm... Kili muss das... Also wieso... Nein, 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 das muss jemand anders... Oder warte mal... Ah, ne. Wir haben ja schon die richtige Person. So. Und noch einmal. Und noch einmal. Komm. So. Und zusammenbauen. Okay, mit Gandalf gehen wir dann da halt hoch. Okay. Wann brauchen wir jetzt da Bilbo für? Achso, wegen des Stocks, oder was? Hm. Diese Schwerte hat kein Toll geschmiedet. Und ebenso wenig ein Schmied der Menschen. Sie wurden in Gondolin gefertigt. Von den Hochelben des ersten Zeitalters. Ja. Ja. Genau das, was Trollen ja nicht mag. Ey. Da sind wir ja am Stich gelassen worden. Okay, hierfür brauche ich, ähm... Fili. Ah, okay, das geht nicht. Warum auch immer. Okay. Achso. Was muss ein Bombo hier machen? Ach, jetzt müssen wir ihn füttern. Das ist ja lustig gemacht. Ach, der zieht doch uns als Trampolin. Achso. So, okay. Zusammen bauen. Zack. An damit. Und jetzt müssen wir... Dori. Dori, Dori. Ja, K. Und kannst du auf K drücken. Damit wir das runterheißen. So, und jetzt... Ui, okay. Ja, da ist da unten noch was. Ja, da sind noch Sturz. Ich guck hier noch mal, ob... ... hier noch weitere Sturz sind. Also... Man kann hier... Ich glaub, man kann hier noch weiter was einsammeln. Hä? Was müssen wir denn jetzt da machen? Achso, okay. Aha. Okay. Und dann... Und jetzt haben wir's. Jetzt kann wir das noch alles zerstören. Das ist ja sehr gut. Hey, ich will den Minikit haben. Na gut. Okay. So, noch weiter. Hier können wir ziemlich viele Sturz noch finden. So, weiter, weiter, weiter. Jetzt haben wir gleich alles. Und zack, und zack. No, hola, komm schon. Na, ich wollte das nicht. Okay, wen brauchen wir jetzt? Gandalf. Okay, jetzt K. Aufmachen. Okay, jetzt hat Gandalf auch sein Schwert. So, jetzt hier noch. Es kommt mir so vor, als ob sich Gandalf nicht so schnell bewegen könnte mit dem Schwert. Na ja, es liegt ja auch daran, dass er ein alter Mann ist. Und ja, also er ist eigentlich nicht so schnell bewegen könnte mit dem Schwert. Ich bin eigentlich noch relativ fit. Na. Na. Nein, wir brauchen Dori. So, dann komm. Dori. Zack. So. Und jetzt. K oder nicht? Jetzt müssen wir noch K drücken, oder? Was ist das denn mit K? Jetzt. Wir müssen noch jetzt... Aha. Ach so, also doch. Okay. H. J. Oh Gott. Nein. Die wären ja fast drüben gewesen. Es ist komisch, dass wir nicht Phili spielen können. Dann könnten wir das da unten aufbotteln. Ich meine, der ist doch bei uns. Okay. Das war ein bisschen blöd. Okay. Nochmal versuchen. So. Ja. Und das hier noch. Okay. Dafür bauen wir Turin. Ja. Turin ist schon da. Ja. Und das hier noch. Und K. Ach, mit K können wir uns schützen. Nein, nein, nein. Ich will nur noch mal austesten, was mit K passiert. Aber das wollte ich jetzt nicht machen. Also, nochmal K drücken. So. Ja, da können wir uns schützen. So. So, jetzt haben wir alles. Nichts wie raus aus diesem widerwärtigen Loch. Kommt, wir sollten gehen. Da kommt etwas. Verwaffnet euch. Diebe. Feuer. Mordio. Radagast. Was in aller Welt tust du hier? Ich hab dich gesucht, Gandalf. Irgendwas stimmt nicht. War das ein Wolf? Gibt es Wölfe hier draußen? Wölfe? Nein, das ist kein Wolf. Gejagt. Ey. Nein. Lasst uns nur. Dumme Wagen. Kili. Kili. Ja. Kili. Ach, das ist. Sehr verwirrend hier wieder. Wenn hier alles so schnell zugeht. Wow. Okay, jetzt bräuch ich dich. Ja. Werne ab. Hilf uns, Turin. Hilf uns. Okay, jetzt bräuch ich dich. Ofur. Schnell. Das. Sack. So, okay. Das war jetzt nicht nötig. Medikit. Speichern. Genau. Das braucht man sich jetzt. So. Okay. Ich brauche. Ja. Dori. Wieso die ganze Zeit? Was ist denn los? Wir waren Dori jetzt. Ähm. Da hinten. So. Schnell. Hier auf dem Problem. So. Jetzt ziehen. Wir lassen uns in Ruhe. So. Schnell zusammenlaufen. Okay. Uh. Ja. Okay. Das brauchen wir. Das brauchen wir uns. Okay. Uh. Ja. Krass noch. Davon haben wir aber nicht genug. Okay. Hier noch. Zack. Jetzt haben wir genug. Jetzt haben wir genug. Jetzt können wir das auch machen. So. Okay. Schnell. Okay. Was ist das? Das das da unten? Das hier. Okay. Weitermachen. Was ist das? Das hier. Dann das da. Dann. Das da unten. Wow. Ich will dich nochmal verlieren. Sozusagen. Das hier. Und das hier. Ja. Alles stolz. Okay. Okay. Wir brauchen einen Radargast. Ja. Den machen wir jetzt. Komm. Heil den Hasen. So. Den zweiten Hasen haben wir auch geheilt. Kaninchen. Nichts Terrain Kaninchen. So. Den zweiten Hasen haben wir auch geheilt. Kaninchen. Nichts Terrain Kaninchen. Genau. So. Noch einmal. Okay. Jetzt aber. Geh weg vom Kaninchen. Lass das Kaninchen in Ruhe. Ja. Gleich. Wir brauchen die Hilfe. Kaninchen. Wir brauchen die Hilfe. die Hilfe. Die Hilfe einsammeln. Die Hilfe einsammeln. Ja. Vielleicht dich. Brauchen wir dich. Jetzt will ich es erstmal mit Gunder versuchen. Du wahre. Nein. Das geht nicht. Ich weiß nicht, was wir ... Irgendwie dafür brauchen. Oder was. Ah, okay. Hau ab! Du bist hier nicht gestattet. Okay. So, und dann da nochmal. Und ein Minikit. Mehr. Wo sind weitere Kaninchen? Das müssen wir noch retten. Aber in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Naja, hätte auch schlimmer kommen können. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020